Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Spielplatz Sieg beim Tele-Stammtisch. Willkommen zur Besprechung von Challengers Rivalen. Und es geht um Tennis, das habt ihr vermutlich schon gemerkt, wegen meiner, ich möchte sagen, süffisant cleveren Anspielungen mit Spielsatz und Sieg. Hallo, ich bin Nessu und heute bei mir am Tennis-Court dabei ist die Melanie. Hallo Melanie. Und die Steffi Graf, die Monika Sellisch des Tele-Stammtisch ist auch bei uns, nämlich die Schlogge. Hallo Schlogge. Hallo, drei zu Love oder so. Genau, genau. Ja, das zeigt schon ganz deutlich, wir haben von Tennis, glaube ich, keine Ahnung, wobei, ich weiß gar nicht mehr, Melanie, wie ist es bei dir? Ja, Tennis, kennst du dich damit aus? Bist du vielleicht heimlich sogar Tennis-Spielerin? Nee, ich habe aber King Richard gesehen vor zwei Jahren. Oh ja, den habe ich auch gesehen, das qualifiziert einen schon. Und ich habe auch ein Buch gelesen, das ist für die Leute, die vielleicht so ein bisschen auf BookTok unterwegs sind oder sowas, das hieß irgendwie Carrie Soto ist back. Und da geht es auch um Tennis. Also habe ich jetzt das Gefühl, ich bin ein Meister. Ich werde dich ab heute nur noch Andrea Agassi nennen, weil du so unglaublich Tennis-affin bist. Vielen Dank. Okay. Ja. Challengers ist der neue Film von Luca Guadagnino. Oh Gott. Das genießt mir an dir jetzt gerade so richtig. Brauchst du Hilfe? Challengers ist der neue Film von Luca Guadagnino. Der hat sofort das Respiria-Remake gemacht oder auch Call Me By Your Name. Und es ist ein Film mit Zendaya in der Hauptrolle. Die haben wir zuletzt in Dune Part 2 gesehen. Außerdem dabei sind noch Josh O'Connor und ein gewisser Mike Feist. Und es ist, ich weiß, wir haben gesagt, es geht um Tennis, aber es geht eigentlich nicht so sehr um Tennis. Und dann doch, es ist halt, es ist vielleicht dann doch ein bisschen komplizierter. Aber ob es auch gut ist, ist die viel wichtigere Frage. Bevor wir die aber klären können, müssen wir eins sagen, nämlich worum geht es überhaupt in Challengers-Rivalen, der am 25. April in die Chinos kommt. Schlogger, bitte. The stage is yours. Worum geht es in Challengers? Das Stage is mine. Okay. Also zusammengefasst geht es eigentlich um eine Dreiecksbeziehung. Es geht um eine Frau und zwei Männer, die sich im Sport Tennis gelernt haben, kennengelernt haben und dann so ein bisschen die Frage, wer mit wem und warum und das Ganze wird durch die Metapher Tennis dann dargestellt. Habt ihr denn im Vorfeld schon mal was vom Regisseur Luca Guadagnino gesehen oder wisst ihr, was ihn so auszeichnet? Also Call Me By Your Name natürlich und er hat ja auch Bones and All gemacht. Ich finde, er fängt immer einfach richtig, richtig schöne Bilder ein und hat immer so eine gewisse Ästhetik. Vor allem bei Call Me By Your Name fand ich das immer einfach so sehr besonders und visuell einfach sehr schön und künstlerisch. Ja, also genau. Call Me By Your Name, der war schön, weil man irgendwie da sein wollte. Das war ja so ein französisches Haus in einem schönen Sommer mit einem Brunnen, in dem man baden konnte fürs Haus. Ich habe auch Suspiria das Remake gesehen. Tatsächlich fand ich den auch richtig schrecklich. Also der hat mich auch leicht verstört. Das ist also, wie ihr alle wisst, ein gutes Zeichen für einen Horrorfilm, wenn der mich verstört. Und Bones and All hat mir von der Geschichte her sehr gut gefallen, obwohl ich dann im Nachhinein gelernt habe, dass die Geschichte im Buch, auf dem das basiert, irgendwie noch cooler ist. Und da hat er was weggelassen, was ich ziemlich schade finde, weil es meiner Ansicht nach relevant war. Daher finde ich, kann man über Bones and All, wobei Call Me By Your Name ist ja auch basierend auf einem Buch, richtig? Und Suspiria hat ja auch eine Vorlage. Das heißt, ich glaube, da müssen wir jetzt auch darauf zu sprechen kommen, inwiefern denn die Story hier denn gut war bei dem Film. Bei Call Me By Your Name und Bones and All, wie gesagt, war die Story gut, weil es eben eine gute Vorlage auch hatte. Obwohl ich finde, dass bei Bones and All was Wichtiges weggelassen wurde. Und hier bei Challengers, gibt es da auch eine Vorlage? Nein, Challengers ist tatsächlich ein, basiert rein auf dem Drehbuch von Drehbuchautor Justin Kuritskis. Genau, und da, ob die Story an sich jetzt das Gute des Films ist, da können wir sicher drüber diskutieren. Aber um die Frage, die du mir gestellt hast, zu Stu zu beantworten, ob ich den kenne, ja. Ich habe zumindest diese drei großen Filme von ihm gesehen und die hatten alle für mich auch ihren Wert. Ich oute mich mal so ein bisschen. Ich konnte mit dem Guadagnino nie so viel anfangen. Also Call Me By Your Name war nicht meins. Bones and All habe ich gar nicht erst gesehen. Das Suspiria-Remake hatte seine Qualitäten, aber das war für mich so, der war mir zu verkünstelt. Der hatte mir zu wenig Herz. Ich weiß, das ist an sich ein gutes Remake, aber mich hat es nicht abgeholt. Deswegen war ich jetzt nicht so heiß auf Challengers, aber natürlich, ich gucke mir alles an, was im Kino läuft und so auch den. Nein. Und ich sage es gleich vorweg, das ist mit Abstand mein liebster Film von Guadagnino. Das ist sogar bislang eines meiner Ereignisse. Oh, what? Okay. Also es gibt noch andere Titel, die für mich Jahreshighlights sind, aber ich hätte es, bei Challengers war es wirklich so, ich bin reingegangen und dachte, ja gut, im Idealfall wird er ganz okay für mich werden. Und war schon so, bin schon da reingegangen mit der Erwartung, okay, ich werde wahrscheinlich gleich wieder so derjenige, der Buhmann sein, weil ich sage, Leute, ich verstehe schon, dass ihr den gut findet, aber für mich ist es nicht. Und ich kam wirklich raus und war wirklich ein bisschen fassungslos, wie gut der mir gefallen hat. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, die Geschichte, wenn man die Geschichte halt wirklich einfach ganz lapidar niederschreibt, dann passt es auf den Bierdeckel. Dreiecksgeschichte im Tennisbereich, so kann man es abkürzen. Ja, du hast einen Bad Guy und einen Waschlappen. Das ist auch alles klassisch. Also es ist, genau. Ja. Genau. Und auch sehr, sehr klischeehaft erzählt. Genau. Auch mit, also die Menschen sind auch alle sehr schön und es sind so, und vor allem, was ja auch Guadagninos Film ist im Auszeichen, ist diese Körperlichkeit. Also er inszeniert ja auch wirklich sehr gerne Körper und auch dieses Verlangen. Also es geht da um Liebe, es geht da auch um Triebe. Es geht da auch aber auch um Sport, es geht natürlich auch um sportliche Erfolge. Und ich finde diese Konstellation, die er da zusammenstellt aus den Darstellern Joshua Conner, Mike Feist und Zendaya, das sprudelte für mich so über vor so einer Erotik, ja. Aber gleichsam ist es auch so interessant gewesen, weil in diesen 130 Minuten fand da auch immer so eine Entwicklung statt. Und diese Entwicklung fand auch deswegen, wie ich finde, so dynamisch und so interessant und auch so spannend statt, wie er den Film erzählt. Denn er springt ja wirklich immer wieder mal vor und zurück. Melanie, wir haben ihn ja zusammen gesehen und es war ja so, dass nach unserer Vorstellung es auch Leute gab, die gesagt haben, sie fanden, dass der Film ihnen zu wirr erzählt war. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, bei mir wirkt es nicht so. Wie hast du den jetzt erzählt? Ja, du sagst es auch, man muss halt schon dabei sein. Also man darf jetzt eigentlich nicht so sehr gedanklich, ich sag mal, wegdriften oder sowas, weil der Film fordert schon die Aufmerksamkeit des Zuschauers. Denn er springt ja wirklich hin und her und man braucht dann auch immer so ein paar Momente, also ich brauchte immer so ein paar kurze Minuten, nicht Minuten, eigentlich eine Minute, weniger, paar 30 Sekunden, um kurz einordnen zu können. Okay, wo sind wir hier gerade? Ich fand es immer ganz, ganz toll, dass der eine Dude, der Art, dass er immer eine andere Frisur hatte, wenn es in der Vergangenheit war. Und das war eine sehr gute Stütze, um mich zu orientieren. Aber trotzdem, manchmal ist er dann auch so zwischenzeitlich gesprungen, also dann so ein bisschen nicht ganz Vergangenheit, aber dann auch schon mehr in der Nähe der Gegenwart. Aber es war trotzdem total in Ordnung für mich und ich fand es auch immer sehr spannend, wenn er gesprungen ist. Genau, man kann auch an Zendayas Haaren ja immer sehen. Je länger ihre Haare sind, umso länger ist es her, quasi. Und der Patrick kriegt dann ein Bart, je moderner es wird, sozusagen. Und ich fand es auch total cool, wie der hier, also ich habe bestimmt mal einen Trailer gesehen, weil das ist so ein Film, von dem habe ich gefühlt schon seit drei Jahren einen Trailer gesehen und jetzt kommt er endlich. Das war so ein Film, wo ich dachte, hä, ist der nicht schon seit drei Jahren draußen? Wie oft habe ich diesen Trailer schon gesehen? Der sollte eigentlich im September kommen und wurde dann verschoben. Genau, also der hat ziemlich oft den Trailer gesehen, aber konnte mich an nichts erinnern. Das heißt, dadurch, dass die Schauspieler, die die zwei Jungs spielen, relativ unbekannt sind, konnte ich mich an ihre Gesichter nicht erinnern und wusste nicht mehr, als der Film anfängt, wer ist denn jetzt ja eigentlich Hauptfigur? Und konnte mich auch nicht erinnern, dass es in der Vergangenheit spielt und war dann total überrascht, wie der Film das erzählt. Und wir haben ja im Prinzip ein Tennismatch, was in der Jetztzeit spielt, in dem sie Sätze gegeneinander spielen und dann springen wir zurück und kriegen dann erzählt, warum in der Echtzeit der jeweilige das Match gewinnt, als Metapher, so ein bisschen. Und das fand ich eine total coole erzählerische Herangehensweise. Ja, der Film springt ja auch zurück, um zu erzählen, wer sind diese Figuren eigentlich? Was haben die für eine Beziehung zueinander? Weil das versteht man eigentlich gar nicht. Und am Anfang weißt du das ja gar nicht. Genau, man versteht nur, dass die beiden, also Art und Tashi zusammen sind. Aber Patrick hat man erstmal gar nicht verstanden, dass sie sich überhaupt kannten. Ja, und dann kommt was dazu, was ganz wichtig ist, was du auch gesagt hast. Für dich ist er ein Highlight des Jahres, du hattest aber auch gar keine Erwartungen an den Film. Und wir haben jetzt gesagt, man weiß nicht ganz, wie die Figuren zueinander stehen. Das weiß man aber, wenn man einen Trailer gesehen hat. Also ich glaube, dieser Film wird ganz krass in der Rezeption schwanken, je nachdem, wie viel man vorher drüber weiß. Also ich habe einen Trailer gesehen, muss ich dazu sagen. Ja, aber du hattest deswegen gar ganz schlechte Erwartungen. Okay, Melli, du enthebelst jetzt noch ab, dich ignorieren wir jetzt einfach. Mach dich fertig, Melli, mach dich fertig. Aber Stu, du hattest keine Erwartungen an den Film. Und deswegen konnte er bei dir positiv punkten. Also wenn man halt von diesem Film eine klassische Dreiecksbeziehung erwartet, dann bekommt man das zwar auch. Aber ich finde, es steckt wesentlich mehr drin. Denn zum einen hat der Film eine gute Dosis Homoerotik. Und zum anderen war es zumindest für mich irgendwann gar nicht mehr so Thema, wer kommt jetzt mit Zendaya zusammen. Sondern mehr kommen jetzt eigentlich nicht mal die zwei zusammen, die wirklich zusammen gehören. Nämlich die beiden Jungs. Nein. Okay, das haben wir danach kurz auch besprochen, dass das für manche klar war. In Anführungszeichen, dass es eigentlich darum geht. So habe ich das gar nicht gelesen. Ich fand es einfach nur spannend, zu sehen, was für ein Charakter Zendaya ist. Also was ihre Motivationen sind. Und irgendwie hat sich da mehr entblättert im Laufe des Films, als ich dachte. Und mir ging es so, der Film fing an. Und ich dachte tatsächlich, also mal abgesehen von diesem coolen erzählerischen Kniff. Oh nee, das ist ja voll billig. Oh nee, das ist alles so klischeehaft. Und das, oh, das gefällt mir gar nicht. Oh nein, wie schrecklich. Und dann ist er aber besser geworden im Laufe der Zeit für mich. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Normalerweise fangen Filme an und du denkst, ja geil, hier könnte was passieren. Das könnte ja ganz gut werden. Und dann kacken sie aber ab in der zweiten Hälfte. Und hier war so, dachte ich am Anfang, oh nee, wie sie da auf der Party stehen und über Zendaya sprechen. Das war wie so eine ganz billige Rom-Com, fand ich. Ich fand das richtig schrecklich. Und auch manche Dialoge sind richtig schrecklich. Aber er wurde dann besser. Ja. Und hat mich dann so ein bisschen mehr mitgemacht. Weil die Figuren komplexer werden. Und vor allem Zendaya. Ja, genau. Genau, der Film fängt an. Und ich dachte, oh, ihr müsst mich einfach unterbrechen. Jetzt haben wir wieder so einen Zendaya-Blick. So gucken sie auch die ganze Zeit in Dune 2. Und dann haben wir einen Rückblick. Und da guckt sie ganz anders. Da merkst du dann, krass, die kann wirklich auch schaust. Also ich habe sie ja vorher schon gesehen. Ich hatte es nur kurz vergessen. Oh, das ist ein Film, wo sie jetzt immer ihren Zendaya-Blick hat. Die sind ein bisschen ernsten. In der Jetzt-Zeit. Und dann guckt man zurück. Und sie wirkt jünger. Ich meine, sie wirkt auch in der Jetzt-Zeit recht jung. Aber sie guckt dann viel verletzlicher und weicher. Und das fand ich dann spannender, das dann zu sehen. Wie du eben gesagt hast, Melli, diese Komplexität, die sich erst langsam dann aufblättert im Film. Ja, also ich war jetzt kein Zendaya-Fan. Ich hatte auch nichts gegen die Frau. Ich muss halt sagen, ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn Künstler, Künstlerinnen einfach den Nachnamen fallen lassen. Das weiß ich nicht. Egal. Aber ich, also Zendaya war für mich nicht der Hauptgrund, diesen Film zu gucken. Ich finde, die ist eine gute Schauspielerin. Aber Challengers fand ich sie wirklich brillant, weil ich auch immer hin- und hergerissen war. Bei jeder Figur aber, also den drei Hauptfiguren. Weil es schwankte immer zwischen, okay, die sind gerade irgendwie voll auf dem Ego-Trip. Dann ein paar Minuten später habe ich es irgendwie nachvollziehen können. Dann habe ich wieder was anderes gesehen oder was anderes wahrgenommen. Dann hat sich meine Perspektive auch wieder verschoben. Und das waren einfach, Melanie hat es schon gesagt, sehr komplexe Figuren. Also um dann anders zu sagen, ich habe sie als Menschen wahrgenommen. Ja, aber gleichzeitig war es irgendwie, ich fand, wir haben es jetzt ja schon angedeutet, oder es schien euch ja dann doch ähnlich zu gehen. Ich fand, dieser Film hat mich hin- und hergeworfen zwischen diesen zwei Polen. Finde ich den jetzt gut oder schlecht? Also es war auf der einen Seite total klischeehaft und dann plötzlich komplex. Aber es war nicht so, wie es vielleicht vorhin bei mir klang, dass er dann komplex wurde und gut war. Aber das ist halt wirklich Guadagnino, finde ich. Das macht er ja wirklich immer. Also bei den Filmen, die ich gemacht habe. Auch ein Call über your name ist halt komplett, also den kannst du auch als Kitsch-Romanze oder Schmanzette. Ja, und auch viel zu lang. Das ist hier auch so. Also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich fand das eigentlich hochgradig spannend. Und das Interessante ist, ich mache mal hier kurz Behind the Scenes. Wir drei werden ja gleich noch über einen anderen Film reden, der, wie ich finde, eine ähnliche Kerbe schlägt, der nämlich auch aussieht wie die letzte Schmanzette und aber auch wesentlich mehr Schichten bietet. Und das ist jetzt Challengers auch, also der wirkt auf den ersten Blick wie ein richtiges Kitschfest, wie eine Schmanzette, wie ein Film, der damals im großen RTL-TV-Roman lief. Ja, hier, Nathalie Endstation Babystrich mäßig. Aber da steckt halt wirklich mehr drin. Und das entblättert sich halt so nach und nach. Ich fand am Anfang diese Szenen, wenn sie da auf der Party sind und sie haben gerade zusammen dieses Doppel gewonnen und machen da einen auf cool und dann versuchen sie es in Daya zu überreden. Hey, komm doch mit uns mit. Das war schon, also ich möchte nicht sagen cringe, weil ich bin über 40, da sagt man sowas nicht mehr. Aber es wirkte schon nicht gerade, ich sag mal so anspruchsvoll. Aber das alles machte so viel Sinn, je weiter sich der Film entwickelt. Das fand ich unglaublich spannend. Und irgendwann saß ich da und war einfach gefangen in diesem Dickicht, weil da halt so viele Sachen drin stecken. Ich weiß bis heute nicht so richtig, was von Zendayas Figur halten muss. Wirklich. Also, das Ende, ich möchte das Ende jetzt nicht spoilern, aber das Ende nimmt ja ganz klar Bezug auf eine sehr wichtige Szene, wo Zendaya sagt, worum es im Tennis wirklich geht. Und genau das, was sie da beschreibt, wird ja am Ende in Perfektion durchexerziert. Und zwar nicht von ihr, sondern von den beiden Jungs. Was für mich nochmal unterstreicht, dass vielleicht dann doch die wahre Beziehung gar nicht die ist mit Zendaya und den Jungs, sondern zwischen den beiden Jungs selbst. Und hier auch kurz einwerfen, ich glaube, hier ist es von Vorteil, wenn man von Sport nicht so viel Ahnung hat, weil da teilweise Dinge passieren, da darf man, glaube ich, aus Sportler-Sicht nicht so klugscheißerisch rangehen. Ja, du, Sport ist mir sowas zum Kackegehalt. Genau. Und es ist auch komplett irrelevant, wer am Ende gewinnt. Darum geht es ja auch gar nicht. Es geht halt wirklich darum, wie diese Figuren sich entwickeln und vor allem, wie sie dann immer weiter zueinander finden. Das, finde ich, ist das Spannende. Es geht um dieses Beziehungsgeflecht, was sich da nach und nach entblättert. Das fand ich halt auch schon. Ich habe eine Frage, die ich mir gestellt habe. Hat Zendaya eigentlich eine krasse Charakterentwicklung am Ende durchgemacht? Finde ich nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Moment, wir dürfen ja, Moment, ich will sagen nix, weil, es ist jetzt Spoiler, da müssen wir ja voll aufpassen. Vielleicht könnt ihr es einfach ein bisschen... Also, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht verraten, wie der Film endet. Aber ich für meinen Teil finde, dass von den drei Figuren, die es da geht, Zendaya die ist, die sich am wenigsten verändert. Und vielleicht sogar die ist, die am meisten, die ist, die manipuliert. Also, ich habe einen kurzen Text geschrieben und für mich ist Zendaya halt zum einen auch eine Art Katalysator, zum anderen aber auch fast so eine Art Scheintrophäe. Weil für die Jungs ist sie ja wirklich so... Ich meine, sie spielen ja zu Beginn des Films quasi um ihre Telefonnummer, ja? Und da oder so wie der Film und das Drehbuch sie positioniert, ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, wenn der Film weitergegangen wäre, also nach dem Ende auch weitergegangen wäre, ich glaube, Zendaya wäre genau die gewesen, die wir dann zehn Minuten vorher gesehen hätten. Das ist für mich die Figur, die sich nicht entwickelt hat oder die so sehr in ihrem Bereich versteinert bleibt. Was aber nicht heißen soll, dass das eine schwache Figur ist. Nee, und sie spielen ja um ihre Telefonnummer, weil Zendaya das so bestimmt. Also, es ist ja, deswegen sagst du Scheintrophäe-Wife, ne? Genau. Und diese Szene, diese eine im Hotel, die relativ am Anfang kommt, die beschreibt ja schon genau, wie sie drauf ist, finde ich. Und so, ja. Es gibt ja diesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen Sketch-Song mit hier Lonely Island, Justin Timberlake und Eddie Gaga. Oh. It's not gay when it's... Das passt sehr gut zu dir, was passiert. Ja, und was ich, genau, das passt gut. Und wie du sagst, dir gefällt die Beziehung zwischen den Jungs, wie auch immer, Diebmann, die jetzt reinlesen möchte, das gefällt mir an dem Film. Das ist, es zeigt Richtung, man kann es so lesen, kann es aber auch so lesen, das finde ich cool. Und welche Frage ich auch interessant finde, ist, ich hab's ja vorhin schon gesagt, wir haben Bad Guy und wir haben Lappen, bisschen klischeehaft. Aber die Frage, willst du als Partner lieber jemanden, der dein Fan ist oder jemand, der auf Augenhöhe ist, aber dementsprechend vielleicht auch schwieriger sein könnte? Das finde ich eine interessante Frage. Ich saß im Film da, hab zwischen Patrick Zweig und halt Art Donaldson geguckt und war die ganze Zeit nur so, wen finde ich besser? Weil ich hab mir dann irgendwie auch dieselbe Frage wie Zendaya gestellt. Und ich weiß nicht, ob ich wirklich zu einer Antwort gekommen bin. Aber das soll, ich glaube, man soll auch keine kleine, keine klare Antwort kriegen. Das ist ja so klischeehaft, die sind beide, oder klischeehaft, weiß ich nicht. Es ist komplex. Das finde ich so spannend bei einem Film. Niemand ist perfekt. Das ist ja das Schöne, auf den ersten Blick sind das Klischeefiguren. Du hast halt, ah, das ist so der Streber, das ist der Lappen, ja, ne? Der auch immer so, so gefühlt immer Zendaya hinterher trottet, so, okay Liebling, ich mach was ich tue, was du willst, Liebling. Dann hast du im Gegensatz den Patrick, ja, das ist so der Rebell, ja, der, der ja auch ganz klar, der auch keine Probleme hat, der hat auch keine Scheu, der, der, es gibt, es gibt eine Szene, wir sehen ihn ja relativ zu Beginn, da hat er kein Geld und wie er sich da verhält, das ist, der hat auch ein gewisses Grundselbstbewusstsein, also, der, der wirkt, er war ein richtig cooler Dude, muss man mal sagen, ja, also, ich wünschte, ich hätte nur zwei Prozent seiner Coolheit, da wäre ich ja, wäre ich ja schon glücklich mit. Aber nach und nach verschiebt sich das so ein bisschen und es gibt so viele tolle Szenen, die auch, also vom Drehbuch auch her stark sind. Es gibt zum Beispiel einen Moment, in der jemand Zendaya eine Telefonnummer zusteckt und sie sagt so, nein, ich höre auf mit der Scheiße, ich mach's nicht. Und der Film sagt ihr aber ganz einfach, dass ich sie doch überlege, indem sie einfach die Telefonnummer einsteckt. Ja. Statt sie wegbewerfen. Und solche Momente hat der Film ganz oft. Also, er hat sowas wie, es gibt einen großen Streit zwischen zwei Figuren und während dieses Streites tauschen die beiden ihre T-Shirts. Ja. Und diese T-Shirts tragen, weil das Spiel in der Vergangenheit, tragen sie dann durch den ganzen Filmturm und das hat dann eine Bedeutung. Das fand ich richtig cool. Oder auch, man sieht zwei Figuren in der Sauna und man sieht schon gleich, der eine hält sich an die Regeln, setzt sich auf ein Handtuch und der andere schreist drauf und setzt sich eben auch einfach auf das eklig, nasse. Ja, cool. Genau. Und du warst gerade noch was sagen. Einer meiner Lieblingsszenen war wirklich, die fand ich auch visuell so stark eingefangen. Da ist unter anderem Zendaya auf dem Parkplatz und es ist so richtig windig, es ist dunkel und man sieht so, wie so rotes Licht von einem Auto so auf sie drauf scheint. Und die Kamera hält so richtig lange einfach nur auf ihr Gesicht und wie da so ein Konflikt sich so entfaltet, so wie sie nachdenkt und wie sie eine Entscheidung trifft. Und dann ist sie kurz davor, etwas zu tun oder nichts zu tun. Und ich mochte das so sehr, wie die Kamera das aufgefangen hat. Das sah so klasse aus. Ja, da gibt es auch eine andere Szene, wo zwei Figuren aufeinandertreffen und dann geht es um den Ring. Und wie die eine Figur dann guckt, das fand ich, wisst ihr welche? Ja, wir dürfen ja hier nicht, genau. Das fand ich auch, weil dieser Blick hat für mich auch Bände erzählt. Da hat mir dann, wie gesagt, da hätte mir nicht, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, ein ganz kleines bisschen mehr Hintergrundstory gefehlt, um zu zeigen, wie es überhaupt dazu gekommen ist dann, dass das passiert. Oh Gott, hier dieses Hin und Her. Aber sonst mochte ich das sehr gerne, dass ganz viel dann manchmal nur über Gesichter übertragen wird. Aber gleichzeitig durch diese platten Sätze wie, Babe, ich liebe dich, ich weiß. Und dachte ich nur, das fand ich so schlecht. Da war mir richtig, dachte ich so, oh Gott, kann man es noch platter und eindeutiger machen? Der Film hat so wunderbare Sachen drin, die quasi, das klingt halt so einfach, aber es ist dann so genial. Zum Beispiel, wir sehen relativ auch zu Beginn, wenn sie so eine Werbung korrigiert, wo halt irgendwie ein Autohersteller mit ihm werben will, ja, und dann die einmal noch sagt, also die Headline ist Game Changer und sie ändert das dann mit den Changers. Also wo du auch ganz nur siehst, dass es ihr wichtig ist, dass man auch wirklich weiß, wie wichtig sie für seinen Erfolg ist. Das sind so Kleinigkeiten und davon hat der Film eine Menge. Ich bin mir sicher, viele davon haben wir gar nicht erfassen können, weil es so ein bisschen wie eine Überflutung ist. Ich möchte aber noch über zwei Sachen sprechen, die mir auch aufgefallen sind und jetzt wird es echt hart für mich. Ich möchte gerne über die Bilder reden, beziehungsweise über die Kameraarbeit und leider, das heißt leider, der Mann, der die Kamera gemacht hat, ist ein thailändischer Kameramann, der sehr bekannt ist wohl und ich werde seinen Namen jetzt nicht aussprechen. Geht auf Wikipedia oder IMDb der Welt, die den Namen finden, weil, meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass man ein Drama so grandios aussehen lassen kann. Nach und nach wird das so vielfältig und da sind manchmal so krasse Ideen drin, wie zum Beispiel, dass wir als Point of View am Tennis-Match beiwohnen. Großartig. Und wisst ihr was, ich versuch's jetzt trotzdem wieder. Meist eines Tennisballs, meinst du, oder? Genau, eines Tennisballs. Also, der Name ist Sayumbo Mukdebrom. Wie gesagt, ein thailändischer Kameramann, fand ich großartig, weil ich auch sagen muss, diese Bilder, also nicht nur die aufwendigen Effektbilder, nenne ich sie mal, sondern alles. Es wirkte immer so sehr bunt, also was heißt bunt, sehr farbenfroh und sehr, sehr, aber es hat immer so eine, wie soll ich sagen, so eine Schmierigkeit. Weißt du, so, 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 gleichzeitig, so, wie, wie die Szene in der Sauna, weißt du, es ist, es sieht toll aus, aber gleichzeitig merkst du auch so, es ist alles schon ein bisschen schmierig und wahrscheinlich in zehn Minuten wird es anfangen zu stinken. Ja, aber gleichzeitig auch so eine Schmierigkeit im Sinne von Rom-Com und ich, ich komme wieder zu meinen Klischees zurück. Also gleichzeitig von, ich mache hier bunte, saubere, geleckte Bilder, aber irgendwie dann auch Kamerafahrten und so, die das so ein bisschen aufbrechen, auch wenn es so Schuss-Gegenschuss ist, aber es wird nicht geschnitten, sondern die Kamera fährt dann zum, heißt das dann auch Schuss-Gegenschuss? Also sie fährt im Dialog zwischen den beiden hin und her, sowas macht sich dann auch ganz gerne. Wissen Sie, was ich auch spannend fand? Wie gezeigt wurde, sorry, wie gezeigt wurde, wie manche Figuren auch, also es wurde immer ein bisschen darauf gedeutet oder hingedeutet, wo die Figuren gerade hingucken oder wo sie nicht hingucken. Das war auch sehr spannend. Zum Beispiel, wo Zendaya, manche Leute haben da, oder eigentlich alle Leute haben das Tennis-Match ganz genau verfolgt, der Kopf ging hin und her, Zendaya guckt gerade aus. Oder sie guckt manchmal sogar vielleicht nur ein bisschen mehr in die eine Richtung oder sowas. Oder das war bei den Jungs, glaube ich auch, dass die dann irgendwie eher, weil die halt so beeindruckt von Zendaya waren, hat man mal gesehen, dass der Blick länger so auf ihr blieb und dann ganz kurz zu der anderen und dann wieder so zu ihr. Oder eben, ja, aber das ist sowas, da denke ich, ist es jetzt billig, weil natürlich kann sie sich zwischen beiden nicht entscheiden oder finde ich das gut? Sowas hatte der Film ganz viel. Ich finde halt, das ist visuell so gut umgesetzt, dass ich das nicht billig nennen würde, weil es gibt, glaube ich, zwei Momente, wo du diese Situation hast. Die Kamera fährt so an diesem Tennis-Netz vorbei und Zendaya sitzt halt in dem Publikum, nämlich mittig und geht anfangs wirklich auch mit links, rechts, links, rechts und es hat ja was komisches, muss man sagen. Es haben ja auch schon ein paar Komiker damals schon gemacht, das ist ja ein uraltes Bild, die Leute zu beobachten, die ein Tennis-Match gucken, ja, das ist ja wirklich witzig, links, rechts, links, rechts. Und sie macht halt mit und dann hört sie aber irgendwann auf. Und das sagt ihr schon so viel aus, weil es wirkt so vorzuwählen, so ein bisschen, dass sie sagt, okay, das wird nichts mehr. Das ist schon so was Abwertendes. Und dann gibt es halt später den Moment, wo sie das nochmal macht, nur halt eben da macht sie gar nicht, dass sie links, rechts, dann guckt sie nur starr nach vorne. Und ich finde, das sagt sehr viel aus und ich würde das nicht billig bezeichnen. Also ich kann verstehen, dass es vielleicht so wirkt, aber ich glaube, du musst da schon eine Art von Vision haben. Ja, ich meinte auch nicht billig vom Visuellen her, sondern von der Geschichte her. Aber es funktioniert ja bestens. Ja, ja, aber irgendwie, es gibt auch was am Ende während des Tennis-Matches, was einem ungefähr schon zehn Kilometer vorher klar wird, dass das jetzt kommen wird, was mit einem Tennisball. Und es wurde mir so früh klar und es wurde dann so lang ausgeschlachtet, dass ich wieder dachte, okay, der Regisseur will, dass einem das klar wird und dass Spannung aufgebaut wird. Also passiert das jetzt? Also dass es nicht klar ist, okay, jetzt mach gleich. Jetzt küssen sich die zwei, also es geht nicht ums Küssen, jetzt küssen sich die zwei und es ist ganz klar, dass es passiert, sondern dass der Regisseur es absichtlich eindeutig macht, dass du dich dann fragst, okay, vielleicht ist gerade hier der Gag, dass es dann doch nicht passiert, obwohl ich das erwarte. Ich weiß aber nicht, ob der Regisseur das absichtlich gemacht hat. Also ich finde das eigentlich ziemlich gut ausgearbeitet, weil diese eine Sache mit dem Tennisball und dem Racket, glaube ich, so heißt der Schläger, fand ich zum Beispiel nicht, dass es überstrapaziert worden ist. Es wurde halt einmal erwähnt und er hat es halt in den Tennisspielen immer gemacht, aber eben, weil es auch von ihm eine Art Automatismus war. Was ich auch spannend fand, weil sein Gegenspieler, der Patrick, hatte ja auch so ein Ding, nämlich, wenn er aufgeschlagen hat, hat er den Kopf gehalten und hat, genau, weil ich dachte, okay, kommt das jetzt vielleicht ihm jetzt zurück, wird das vielleicht thematisiert, aber es kam nicht. Und das fand ich auch spannend. Also ich finde, dass der Film wirklich erzählerisch ist, ist es für mich eine Eins mit Sternchen. Ich fand, aber erzählerisch visuell oder, ich glaube, da muss man… In beidem, in beidem. Ja, irgendwie finde ich… Weil das eine manipuliert oder beeinflusst das andere, ja. Und deswegen, also ich war wirklich baff, wie gut dieser Film erzählt ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Film über Tennis, den man so schaffen würde. Okay, Melli, du wolltest noch was sagen. War mir ein bisschen zu sehr, also manchmal viel zu viel Zeitlupe eingesetzt. Ja. Ich habe heute Rebel Moon 2 gesehen, du weißt nicht, was diese Zeitlupe ist. Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen. Okay. Wenn du Rebel Moon vorher siehst, hat alles wenig Zeitlupe wahrscheinlich. Aber dieser Film hat sehr viel Zeitlupe auch. Ja, das stimmt, der hat wirklich Zeitlupe, ja. Okay, ich habe hier noch mehr aufgeschrieben im Vorhinein Elektro. Und zwar hat dieser Film… Oh, ich weiß jetzt, ich weiß es. Ja, jetzt weißt du es, okay. Ich weiß es, weil das ist das zweite Ding, was ich noch ansprechen wollte, neben den Bildern. Die Musik. Ja, genau. Achso. Die Musik mit Elektro. Achso, das war mein Stichwort, alles klar. Genau, weil dieser Film hat auch dramatische Szenen, in der aber so ein dynamischer Elektro drüber gelegt wird. Das ist eine Szene, die mit einer anderen Musik oder ohne Musik, die wäre viel dramatischer und vielleicht auch traurig teilweise, aber dadurch, dass eben dieser Elektro drüber ist, wirkt die ganz anders. Und da habe ich meine Theorie, warum das so ist, ist, dass wir hier eben einen Sportfilm sehen mit Spannung und Action, aber nicht in Bezug auf den Sport, sondern in Bezug auf die Beziehung. Und deswegen sind diese Szenen wie eine Action-Szene von der Musik her inszeniert. Wir sind gespannt, wie wird dieser Dialog enden und diese Situation. Was haltet ihr davon? Also zum einen muss ich eins sagen, diese Musik, die ja von Trent Reznor und Atticus Ross sind, würde ich mir privat und ohne den Film niemals freiwillig anhören. Das ist nicht meine Musik, aber ich fand die so geil in dem Film. Wirklich, die fand ich großartig. Und ich finde, dass diese Musik halt das wunderbar unterstrichen hat, dass es halt nicht nur um das Spiel bald verdreschen geht, sondern dass es ja quasi das Spiel auch in dieser Beziehung stattfindet. Das habe ich doch gerade gesagt. Hörst du mir eigentlich zu, Stu? Was hat dir lohnt? Nein, das fuhre ich nicht. Kannst du bitte in der Post-Production jetzt über diesen Dialog auch so ein Elektro drüberlegen, damit alle sich spannend auf ihren Sitzen festkranen oder an ihren Kopfhörern, ihr lieben Hörer da draußen, wie ist die Beziehung zwischen Stu und mir und was hat Melli da eigentlich zu suchen? Bleib dran. Ich wollte dir halt recht geben, es tut mir leid. Ich wollte das doch nur mal mit einer Wiederholung unterstreichen. Nee, ich gebe Flogger recht. Yes. Okay, tschüss du, wir zwei haben es jetzt für uns entschieden. Du bist die Zendaya hier, ne? Oh Mann. Oh Mann, oh. Oh, warte, oh, warte. Warte, dann, dann, oh, dann mache ich die mir viel schnell mit, klar. Sind die zusammen? Nee, nee, nee. Die sind mit Tom Holland. Stimmt, die sind mit Tom Holland zusammen. Ja, noch nicht. Bald ist Zendaya mit du da ja zusammen. Ja, ja. Nee, also nochmal, also ich finde, was du gesagt hast, da gebe ich dir recht, ich fand es halt eben echt großartig. Wie gesagt, dieser Score, ich würde mir den privat niemals anhören, das ist nicht meine Musik. Und er wirkt da auch manchmal, und ich weiß nicht warum, so ein bisschen jetzt auch zu grob irgendwie. Also es gab schon Momente, wo ich dachte, okay, dieser Score, wie du ja auch gesagt hast, der ist gerade so für so eine dramatische Szene fast ein bisschen unpassend. Also wenn du halt siehst, die werden gerade so ein bisschen intimer und normalerweise erwartest du jetzt irgendwie Streicher, ja, oder zumindest ein bisschen Pianogeklimper oder einfach Stille. Und dann kommt immer, bumm, 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 bumm. Aber es macht halt echt Sinn. Und das hat das Ganze, also das hatte so was Mitreißendes, so was Treibendes, so was, dass du das Gefühl hast, dass du selbst, wenn du keinen Ball siehst, dass es gerade wirklich ein Match ist. Ja, und Apo vor Ball. Ich habe mich, Moment, ich wollte schon zum Fazit springen, weil die Überleitung sich so angeboten hat, aber das musst du entscheiden, du. Ich merke mir Apo vor Ball in meinem Kopf. Apo vor Ball, also, ich glaube, ich hätte noch viel zu sagen, aber ich finde gerade nichts. Deswegen wäre ich einem Fazit nicht abgemeigt, aber vielleicht möchte die Melanie noch. Man muss einfach sagen, der Film würde nicht funktionieren, wenn die Hauptcharaktere nicht so eine Chemie haben. Und ich finde, das ist hier das, was wirklich sehr klasse ist, einfach zwischen den Schauspielern klappt das wirklich so gut. Und man glaubt denen auch wirklich, auch diese Freundschaft jetzt zwischen den beiden Jungs, man kauft denen das total ab. Aber auch, dass die halt wirklich, also das sind da ja und die halt, dass die da so eine Zugkraft zu ihr haben, dass da eine Anziehung ist. Und ja, ich fand auch, wie fandet ihr denn eigentlich so die expliziteren Szenen? Weil ich fand die eigentlich ziemlich, ziemlich gut gemacht. Explizitere Szenen? Meinst du sexuelle? Ich meine, die waren jetzt, die waren jetzt nie explizit. Ja. Naja. Ja. Also es gab halt schon diese eine Szene im Hotelzimmer, die, glaube ich, für, ohne es jetzt böse zu meinen, für prüdere Leute vielleicht ein bisschen herausfordernder ist. Aber jetzt auch nichts, was... Meinst du im Hotelzimmer oder meinst du in dem Unizimmer? Also da, wo sie halt knutschen, sage ich mal. Ach so. Zu dritt. Ich meinte jetzt auch nochmal, im Uni, in der Uni gibt es auch so eine Szene. Nein, 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 ja, ich meine jetzt nicht, dass man was sieht, aber ich meine einfach so, also, dass, ob die für euch funktioniert haben. Also der Film ist jetzt nicht pornografisch, aber, 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 aber er zeigt schon so ein bisschen, dass da ja auch gerade halt eben eine gewisse Leidenschaft und auch ein gewisser Trieb drin. Ja. Das macht er schon. Das hast du ja auch gesagt, du, dass eben dieser, der Regisseur Guadagnino, der kann richtig gut so Nuancen, dass sowas angedeutet wird. Auch diese Tension, diese Spannung, die nehme ich dem schon ab. Und ich habe auch die Szene, die du meinst, Melli, in diesem Unizimmer. Aber da, finde ich, wurde mir eine Kerncharaktereigenschaft erstmal von Zendaya nochmal betont, nämlich wie wichtig ihr Tennis ist. Und eben die Beziehung zwischen den beiden, da fällt ja dieser Spruch, I'm your peer, I'm not your fan. Und den finde ich einfach ziemlich gut, weil ich gerne, weil es was ist, worüber ich gerne nachdenke. Und wie das dann für sie ist. Und deswegen fand ich die, also hier in dem Film, es gibt keine expliziten Sex-Szenen und die Spannung zwischendurch, die nehme ich dem Film auch ab in den Szenen, in denen es nicht nur ums Bett geht. Und die Szenen fand ich dann deswegen wichtig, weil sie uns die Charaktere komplexer machen oder ihnen mehr über ihre Motivationen und Hintergründe darstellen, zeigen. Ja, schön. Ja. Darf ich dann? Dann bin ich auch dann ruhig, dann könnt ihr einfach paussieren. Ja, bitte. Apropos Ball. Danke, Schlogger. Also, mein Fazit. In diesem Film, der Film hat mich so fasziniert, weil ich mir so uneins war die ganze Zeit, wie ich ihn finde. Ich habe mich wie ein Ball gefühlt, der zwischen diesen zwei Fronten, oh Gott, das finde ich richtig scheiße hier und oh Gott, das finde ich richtig spannend hier. Zu diesem Klischee und Komplexität wurde ich hin und her geschmissen und ich saß am Ende da und am Ende war auch so, erst dann passiert was am Ende, dachte ich, oh nee. Und dann reagiert eine Figur drauf, dachte ich, geil. Und dann reagiert sie immer noch weiter, dachte ich, oh nee. Und so war ich die ganze Zeit hin und her gerissen und das hat mich total fasziniert. Also, der Film hat mich auf keinen Fall kalt gelassen dadurch, sondern hat mir irgendwie, der wird mir irgendwie im Gedächtnis bleiben und zwar nicht, weil das ein besonders guter Film ist, aber auch nicht, weil es ein besonders schlechter Film ist, sondern weil der mich auf seine, diese mittlere hin und her reißende Art total fasziniert hat. Und ich habe mich selbst gefühlt eben wie ein Tennisball oder wie so zwischen einer Dreiecksbeziehung wie Zendaya, will ich eigentlich dahin oder will ich dahin? Einmal zieht sie mir in die Richtung, einmal sehe ich, was das für die andere Richtung spricht und das fand ich großartig, so auf so einer Meta-Ebene. Ich weiß, Meta ist jetzt vielleicht nicht das Geilste, das wurde ja durch viele Filme kaputt gemacht, vor allem jetzt hier am Looking at You Marvel. Aber diese Meta-Ebene, der Erzählweise, die fand ich richtig gut und deswegen ist mein Fazit, der Film ist nicht richtig gut, er ist auch nicht richtig schlecht, aber er ist auf seine eigene Art dann krass faszinierend und dann eben noch on top, wie er dann visuell und erzähltechnisch erzählt wurde. Man muss vielleicht noch einfügen, dass die Melanie und ich einen kleinen Vorteil haben, denn unsere Sichtung ist ja knapp einen Tag her und du kommst ja gerade wirklich ganz frisch aus dem Kino. Ja, genau. Du hast ja quasi noch die klebrigen Popcornfinger. Ja, genau. Ich sitze noch im Kinosaal. Ja, genau. Wir müssen jetzt gehen, Popcornfinger. Nein, nein, ich bleibe hier. Gut, Melanie. Also nach der Sichtung sagte uns ja auch jemand so, dass ihr der Film zu lang war und irgendwie, ich hatte das überhaupt nicht so, ich war irgendwie so, ich war einfach so fasziniert und ich war irgendwie sehr in dieser Charakterdynamik gefangen. Ich wollte irgendwie fast schon mehr sehen, weil es so spannend war und für mich ist einfach wirklich dieses Ding, es ist für mich dieses Beziehungsding zwischen diesen drei Hauptpersonen und ich fand es einfach so spannend, dem zuzusehen und zu sehen, wo es hinführt. Ja, ich fand ihn eigentlich ziemlich toll und ziemlich genial in das Thema Tennis eingebettet. Ja, genau, weil Tennis haben wir noch gar nicht angesprochen. Im Tennis, im echten Sport, das weiß ich, ist das Mindgame ultra wichtig. Du spielst alleine und es ist nicht nur ein Spiel des physischen Könnens, sondern da ist es ultra wichtig, dass du im richtigen Mindset bist. Und dafür ist es ganz cool gewählt, dass dieser Sport dann gewählt, 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 gewählt wurde. Ähm, ich glaube, ich habe es schon durchblicken lassen, ich hatte den Film großartig. Einen für mich bislang Jahreshighlight, hätte ich so nicht gedacht, fand den ganz, ganz toll. Ein Film, ich bin mir wirklich am überlegen, ob ich den jetzt im Kino nochmal gucken soll, weil ich hätte irgendwie Bock drauf. Ich will den, glaube ich, noch nochmal gucken. Und wie gesagt, ja, also, war, wie gesagt, toller Film, alles andere haben wir jetzt in knapp 40 Minuten besprochen. Ich möchte nur anmerken, ich glaube, dass wir drei vielleicht einen Remake arbeiten sollten, weil ich bin ja schon da, ja? Und als Sportart wäre ich keine Minigolf. Aber jetzt müssen Melli und ich uns streiten, wer wer ist. Ich weiß selber nicht, ob ich ein Bad Guy oder ein Lappen bin. Ich glaube, ich bin auch, so wie der Filmkomplex ist, mal das eine. Also von der Haarfarbe her ist, klar. Ich sag mal so. Ich bin dunkelhaarig. Dunkelhaarig? Okay, dann bin ich der Lappen, sorry. Leute, egal ob Lappen oder nicht, Onkel Su hat euch alle lieb. Auch ihr da draußen habe ich total lieb. Vor allem, wenn ihr uns ein Like oder einen Kommentar da lasst, wo überall da, wo es den Tele-Stammtisch gibt. Und wo gibt es den überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-Stammtisch.de. Außerdem hat hier Melanie einen YouTube-Kanal, melaniekarli.de, da könnt ihr gerne mal drauf gucken. Melanie, was steht als nächstes da? Äh, Rappelmoon Part 2. Oder Teil 2. Ja. Juhu. 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 Wenn ihr jetzt aber sagt so, ja okay, Melanie gut und schön. Juhu. Juhu. Und ich wusste und ich wusste und ja, könnt ihr ja alles finden. Juhu. Juhu. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Juhu. 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 Juhu.